Es geht weiter mit Metro 2033. Und hoffentlich leckt es jetzt nicht mehr. Okay, der hätte mich ziemlich leicht töten können. Wow. Die haben mich getötet. Okay. Ich wusste nicht, dass es gleich mit so viel Action beginnt, deswegen. Wofür habe ich die denn? Oh. Sterb. Hm. Das leckt immer noch ein bisschen. Ne, nicht nur ein bisschen slackt. Ich nehme mal wieder die Schrot Hier bin ich, hallo Hier ist doch gar niemand Ja, dich haben wir hier Bist du ein echt Idiot Ja, komm Äh Scheiße, ich hab die ganze Zeit noch ein Gasmask aufgehabt Hab trotzdem noch 8 Filter, gut Ich bin kein Hundeson, du, Hundeson, du Ah ne, gerade wenn ich dann noch das letzte Mal drauf schießen will, ist er tot, oh Ja komm, zeig dich Wenn ich sterben soll, muss ich mich schon erschießen Ähm, komm ich wieder hoch Ich möchte die mich ziemlich gerne ausnehmen Ja, okay, ich komm nicht mehr hoch anscheinend Doch Doch, ich komm noch hoch an Boah, die, ich kann die ganze Zeit, wir haben hier einen echten Idiot So Nein Wieder zurück Öp Rauch, du Boah, ich bin ein Mensch, kein Vieh Eigentlich sollte man das hier alles leise und so Oh. Und wie viel Mann habe ich noch? Nur noch 36, okay. Ja, ja. Ich möchte mir noch den Zug anschauen, deswegen. Ja, sag gute Nacht. Ach, hier ist ein Lächeln, Lächeln, Plünder an. Nein, ich behalte meine vollautomatische High-End-Schrotfländer und versuche wieder rauszugehen. Ach, hier ist ein Treppe. Halt deine Fresse und beleidige mich nicht, Alter. Ähm, wo soll ich längst? Duh, 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 dum. Hier wird kaum der Hochruder. Ah, nach unten. Hier, Misty! Diese Kugeln sind für dich! Auf den Boden! Wow, voll Kratto. Wie man aus dem Thrillen kennt, so überall sind die. Die habe ich gesehen. Und die ersten Kugeln sind schon gefallen. Zeig dich doch! Braum Hedgehardt. Und wir haben eine Granatenschüsse, die bei ihm hochgegangen ist anscheinend. Verdammten Otten! Wir haben Verluste! Oh! Okay, das war knapp. In all eure Munden. Wow. Von wo denn? Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein, schwul sein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ohne Ende, aber es leckt noch ein bisschen. Deswegen werde ich die Aufnahme jetzt nochmal neu starten. Okay, vielleicht braucht es am Anfang noch ein bisschen... Achso, das war nur ein Holz. Ich schätze mal, ich muss hier längs. Keine Ahnung. Nein, ich muss hier nicht... Ah, vielleicht hier so. Nochmal sichern alles. Habe ich übrigens gesehen, dass ich da eine vergessen habe, eine Kiste. Einige Folgen vorher. Ich glaube... Ah ne, von hier kam ich doch. Von hier bin ich gekommen. Also jetzt muss ich nach hier runter. Ah ne, ist wieder nur blöde Holzdinger gewesen. Sind wieder nur... Oh, und es leckt, es leckt, es leckt, es leckt gigantisch mäßig. Naja, ich schaue mir erst mal an, was es hier so zu blündern gibt. Vielleicht hört es dann ja endlich mal auf. So, die Mun habe ich. Das Wurfmesser her. 43 Frames werden mir angezeigt. Und es leckt. Aha. Oh ne, wenn es so leckt, hey, das kann man ja... Ich weiß nicht, was ich falsch mache bei Fraps. Aber ein PC ist gut genug für das Spiel. Und es klappt ja auch manchmal. Komm. Na gut, wenn du nicht kommen willst, dann kommt halt das. Oh, ich habe Postwissen geschossen. Ups. Warum hatten wir eine schallgedämpfte Waffe? Ich dachte jetzt, ich hätte alle erledigt. Habe ich anscheinend nicht. Ja, ja. Oh, mein Mann. Ich lade mal wieder meine Taschenab auf. Weil die ist wieder richtig leer. Boah, mein Schatz. So. Das war ich jetzt schnell und schmerzhaft. So, ich sehe genau, dass der ein Nachtsicht gegeht hat. Sein scheiß Nachtsicht. Ich will die Thermom. Ich will erst mal die Leichen ausnehmen. Habe ich anscheinend schon ausgenommen. Oh, ich ruhe vielleicht Munition. Ist doch ein Filter. Amin. Nein, hier muss ich längst. Also, dann. Nochmal zurück und alles anschauen, was es hier noch so gibt. Zum Beispiel. Das hier. Wie komme ich da rein? So, nein. Da komme ich anscheinend gar nicht rein. Ein Helm. Toiletten, Toiletten, Toiletten. Mon. Toiletten, Toiletten. Eklige Waschbecken. Aber sonst nichts. Mal sehen. Aber von hier kam. Nee. Okay, dann laufe ich mal jetzt wieder den Weg weiter, den... Ich laufen sollte genau da. Licht ist aus. Und es geht runter in den Tod. Ich muss Gasmaske benutzen. Gasmaske. Das nehme ich vielleicht noch ab. Nur noch acht. Schlecht, schlecht, schlecht. Komm. Nimm den scheiß Filter. Kann den Filter irgendwie nicht nehmen. Hast du eine tolle Kanal? Setz dich hier. Oh, um. Hopf. Hüpf. Oh. Oh.